Grüß dich, ich bin Maik. Herzlich Willkommen beim Bärauer. Beim Bärauer gefällt mir am besten, dass wir einen Zusammenhalt haben. Nicht so einen großen Teamwechsel wie in andere Betriebe. Meine Chefleute sind super und mit denen kann man gut reden, mit denen kann man fortgehen. Also passt alles. Ich habe mich beim Bärauer beworben, weil ich mich für das Gastgewerbe sehr interessiere. Ich bin ja eigentlich von Südtirol. Aber ich bin dann nach Zillertal gekommen durch meine besten Freundin. Dann ist es so gekommen, dass ich zum Bärauer gekommen bin. Da ist mir gleich die Lehre empfohlen worden. Mir gefällt es da super gut, muss ich sagen. Mein Job gefällt mir am besten, dass es abwechslungsreich ist. Man hat sehr viel mit Gästen zu tun natürlich. Man ist auch hin und wieder im Service. Aber ich finde es super, weil es hat sehr viel Abwechslung. Also die Kollegen. Ja, die Kollegen. Wir haben so viel Spaß in diesem Team. Das gesamte Team ist so super und wir haben so viel Spaß hier. Wo bist du? Bewirb dich jetzt unter info at bärauer.at das Ganzechlussgruppe. oberk familiärgilt x- hund bien. Alles klar.